Hallo, mein Name ist Krawat Günther, ich bin Verkäufer bei der Landtechnik Villach und ich möchte euch heute wieder Joskin Geräte vorstellen. Joskin, unser Lieferant aus Belgien, hat uns heuer wieder sehr viele Geräte geliefert. Angefangen von Weidepflege und Grünland-Nachsaatgeräten von 4,8 bis 6 Metern. Weiter das Güllefässer von 4.000 bis 20.000 Liter. Hier sehen wir 4.000 Liter bis 14.000 Liter haben wir lagernd. Die wichtigsten Segmente 7.000 bis 8.000 Liter sind auch mit dem neuen Penislide Basic Verteiler mit 7,5 Meter lagernd. Diesen kann man am Fass angebaut oder extra benutzen. Auch Joskin Vieranhänger haben wir lagernd mit 5 und 6 Meter Länge. Komplett ausgestattet mit Unteranhängung, die neuen seitlichen Eintreibgitter, Planenabdeckung natürlich und die Besonderheit komplett absenkbar mit einem Einstieg nur von 15 Zentimeter. Ein wichtiges Sortiment bei Joskin ist auch die Transporttechnik und der Miststreuer. Also hier sehen wir den großen Donato Miststreuer mit 19 Tonnen. Weiterslagernd links hinten der viel gekaufte Scirocco Miststreuer ab 8 Tonnen Nutzlast und lagernd auch die gesamte Transporttechnik von Muldenkipper über Rollbandabschiebewagen, Silo Space bis hin zum Joskin Hakenlift. Wenn ihr euch die Geräte von Joskin live anschauen wollt, kommt bei uns im Villach vorbei oder schreibt mir ein E-Mail oder ruft an. Wir sind jederzeit gerne bereit, euch ein unverbindliches Angebot zu machen.